Das Ziel war einfach in Norwegen, dass wir möglichst schöne, geile Gipfelflanken mit den Skifahren fahren, eine lässige Zeit zusammen haben und das Ganze mit einem Slackline-Trip verbinden, dass wir da einfach eine coole Aktion in den Berg reisen. Man ist ein Fremder, das sind andere Bedingungen, andere Verhältnisse. Das ist ein Fremder. Jetzt rührt einst! Aaral, 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 aaral! 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 Freiheit bedeutet für mich einfach die Möglichkeit, mich dorthin zu bewegen, wo genau ich hin will. Untertitelung des ZDF für funk, 2017